Hallo meine Lieben. So. Was haben wir für heute geplant? Für diese Folge geplant. Besser gesagt. Heute ist immer noch. Wir könnten... Achja. Jetzt weiß ich, was ich geplant habe. Ich möchte die Dinge hier wegmachen. So. Ich mache nämlich hier anders. Das hier ist nämlich... Eigentlich war es eine gute Idee, aber irgendwie gefällt es mir so jetzt nicht mehr. Vielleicht ist es eine andere Idee. Schaut dann auch besser aus. Ja. Es wird besser auch schon. Ach und jetzt weiß ich heute, was ich sonst noch geplant habe. Ich wollte ja Bäumchen zichten. Können wir auch mal demnächst mal gucken. Aber ich glaube, ich mache auch demnächst mal meine Sonnalanlagen weiter. Und ich könnte mal ein Dach anfangen. Und ich könnte... Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ich habe immer zu viele Ideen. Aber eins machen wir jetzt noch mal. Erst machen wir mal den Garten ein bisschen weiter. Also zwischenzeitlich mal wieder den Garten ein bisschen weitermachen. Mal gucken. So. Haben wir eigentlich... Loll, da ist ein Tor dabei. Interessant. Hängt noch Obwut. Haben wir. 16 Obwut. Ich glaube, dass... Oh, wir haben Slaps. Wunderbar. Das ist das, was wir brauchen. Wieso hat mein PC gerade überlegt? Wieso hat er überlegt? Ich merke das nicht, wenn er überlegt. Jetzt soll aufhören damit. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Slaps. Ah. So. Und machen wir mal die hier. So. Und dann fangen wir mal da an. Mich stört der hier dieser Kürbisch schon mal zum Beispiel. Dass der da immer rauswächst. Das ist doof. So. Dann machen wir hier nämlich da auch mal so zu. So. Ich mag die Idee. Ist jetzt Nacht? Hä? Ist doch gleich das Tag gewesen. Ist doch gleich das Tag gemacht. Also ich krieg gar nicht. Ich glaub schon. Hm. Was passiert? Sonst sind wir eigentlich zwischen der Folge und der anderen Folge schon wieder ein paar Minuten vergangen. Ups. Nein! So. Dann machen wir mal eben wieder Tag. So. Schneller. So. Da bin ich ja auch müde. Wir könnten ja dann auch gleich mal. da weitergehen. Hm. Schaut jetzt so aus. Weil dann würde ich sagen dann holzen wir ein Bäumchen hier ab. Da ist ein Worldberg. Seh ich da gerade. Oh nein! Ein Worldberg! Dann hol ich mir nämlich da. Oh Gott. Ich bin gespannt ob ich den einfach ganz normal betreten kann und ob ich da meinen Server... äh nicht Server... äh nicht Server... mein... Spiel. Praktisch. Kurz dass ich dann den so reconnecten muss. Ja. Kommt grad so aus. So. Reconnect! Mein Server! Oh Gott! Deswegen ging's nicht. Ah! Refiniert! Oh Gott! Prost Mahlzeit! Ich würde sagen wir mal auch nicht diesen Baum hier. So. Wunderbar! Jetzt sind wir schon ganz oben. Sehr schön! Perfekt! So! So. So. Jetzt könnt ihr abschalten. Ja. Wir machen jetzt nur noch hier so Bäume abfällen und so. Ne. Schmarrn. Für diese Folge. Wir fällen heute nur Bäume. Nein. Aber halt ein riesen Baum. Einen riesen Baum! Das ist auch noch Holz. So. Dann machen wir mal das. Damit wir hier mal schneller Holz kriegen. Dann muss ich auch mal hier gucken, dass ich die Pin-Expert zauber, bevor ich das vergesse. Ja. Vorher ich das vergesse. Ich sag's euch. Ich möchte das machen und dann vergesse ich's dann doch wieder. Nein! Ich bräuchte Leute, die mich daran erinnern. Ihr könnt mich daran erinnern! Ein Schmarrn. Ja. Ihr könnt das. Ja. Sollte ich vielleicht auch irgendwie live machen. Mal so. Hey. Das und das. Denkst du an die laute Sicherheit? Du wolltest übrigens noch das machen. Was wollte ich nochmal machen? Ach ja. Hm. Da war ja was. So, hab ich da jetzt schon alles abgerutscht. Schaut gut aus. Sollte sich auflösen. Na ernsthaft. Mich nervt das so tierisch. Aber ich hab dann letztens meine Kassette angehört. Und da hab ich das auch schon als kelles Kind immer gemacht. Praktisch. Mit dem Reuspern. Ich weiß sogar damals, wo ich noch in der Klasse war. Hatte ich das auch immer. Und. Ja. Ja. Die dachten alle immer so. Ja. Ich mach das einfach nur, damit ich da zwischenzeitlich Zeit hab, um das zu lesen. Aber ich hatte das da schon. Und von da hab ich das ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass das kommt. Die Leute um dich rum. Oh. Ja. Warum? Rauchen. Sehr, sehr nervig. Es tut mir leid. Ich muss mich dafür entschuldigen. Aber. Nun ja. Ist so. Ist doof. So. Das Bäumchen nochmal weg. Gehen wir hier wieder raus. Und wandeln wir doch mal um. So. Schaut doch hier auch schon mal viel besser aus. Nicht mehr so viel. Komischen Berg. Schaut jetzt schon ein bisschen flacher aus. Schaut jetzt schon besser aus. So. Ich werde auf jeden Fall noch sehr viel mehr Oko brauchen. Noch sehr viel mehr Eichel. Hm. So. 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 Minimum Stein ist echt toll. So. 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 Dann reicht das. So. So. Und dann hier noch. So. Wunderbar. So. 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 immer. So. So. hat nichts gesagt. So. 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 hat ich es auch schon mal gemacht. glaube ich. so. 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 Ich mag das gar nicht so alles so einheitlich. so. 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 mal hier gucken. so. so. schön rausgefunden so. 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 jetzt einset pokestern mich dann das ganze Feld beleuchtet. das ganze Feld beleuchtet. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. so. hat ich es zumindest immer. Kuck. hm Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sondern ich lass es einfach so. Ja, ich lass es einfach so. Ich glaube ich lass es einfach so. Man muss nicht übertreiben. Scheiß drauf. Da wird schon... Da wird schon nichts kaputt gehen. Jetzt weiß ich, wieso ich das meistens so hatte auch. Weil ich das im Haus hatte, damit er nicht spawnt. Ich dachte mir jetzt, wieso würde ich das denn draußen machen? Aber okay, draußen, da laufen die Mupps dann eh dann durch. Von daher ist es egal. Gut, dann haben wir das hier schon mal fertig. So. Wenn wir da Frühstück können, dann muss ich das noch mal genommen. Jetzt haben wir gerade so, hä? Wie? Und dann war Squid. Ach, das bin ich. Squid, das bin ich. Nein. So. Oh nee, so. Wirklich? Was muss ich mit dem Kürbis machen? Kürbis kann ich nicht platzieren. Wenn ich die Bären habe, dann esse ich die nebenbei. Das will ich nicht. So. Wunderbar. Schön die Bären abernten. Und so. Und dann haben wir das noch. Oder wenn ich sie bei der Bären haben. Damit ihr wieder was zu essen habt. Zu snacken für zwischendurch. Irgendwie ist das doof, dass die Tage nur nicht so lange sind. Tage sind zu kurz. Es ist Nacht. Auf zu lügen. Ja, im Moment kann ich das hier leider noch nicht ändern. Wobei. Ich ändere das mal eben. Ich mache da nämlich zu. Anstatt das eine. Sollte besser ausschauen. Dann kann ich hier alles lassen, so wie ich es gerade vorher aufgebaut habe. So wie ich es gerade vorher aufgebaut habe. Ja, toll. Ja. Passiert halt. So. Machen wir das dann zu. Machen wir eins weiter rüber. Mir gefällt das hier mit dem Fenster gar nicht. Von daher ändere ich das mal eben. Es tut mir wirklich leid. So. Ist das eine runtergefallen? Ne, das hängt auch da dran. Na, wirklich mit dem Fenster hier funktioniert das gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Upsa. Super. Das Inventail ist auch schon so ziemlich voll gerade. So. So schaut das doch schon besser aus. Zumindest meiner Meinung nach hier. So. Da weg. Hier weg. Das war zu viel. Das war's. Und dann da noch. Hm. Ich möchte dich da dann auch noch so zu machen. So. Jetzt schaut das nämlich nicht ganz so doof aus, weil ich hier guck jetzt mini-meister, ne? So fällt's dann nicht ganz so auf. Zumindest find's ich nicht so komisch. Vielleicht möchte ich hier auch noch mal eins haben. Dann ist es hier nämlich so ein Crow. Ja. So schaut's besser aus. Genau so. Wenn ich dann hier das Ding jetzt dann auch da doch nachziehe, dann geht's wieder zum Fenster hin. Dann schaut das Fensterbrett wieder komisch aus. Wenn ich hier alles ringsrum so mache. Hm. Das könnte gut ausschauen, allerdings halt das Fensterbrett hier ist minimals doof. Dann muss ich mir noch mal was überlegen. Hm. So. Hier haben wir gesagt. Dann machen wir... Machen wir das hier raus. Dann nehmen wir das erstmal mit. So. Dann machen wir das da hin und das da hin. Und ich würde sagen, das können wir doch mal so lassen. So schaut's auf jeden Fall mal besser aus als vorher. So. Mal wieder. So. So. Ich kenne auch ein bisschen Burt Knight. Ja. Die Pick-Experts zaubern. Hm. Sollte ich das mal hochversuchen? Nein, dann kannst du jetzt mich ja wieder XP. Nein, da kam Mist draus. Ich will fortschillen. Na ja. Aber hey, FEC ist auch nicht schlecht. Meiner Meinung nach? Das könnte schlimmer sein. Hm. Hm. Mal gucken. Wenn ich jetzt hier die Dinger da auch noch so rumbauen würde. Haben wir hier noch irgendwo? Oh. Ja, da haben wir noch welche. Wir könnten praktisch hier so machen. Sehr schön. So. Tatütata. Jetzt weiß ich, wie er sich vorher das Fenster zugemacht hat. Weil es da so laut war. Was ist das hier? Das sieht dumm aus. Ich könnte das in einem anderen Ton machen. Dass das zum Beispiel lila ist. Da ist hier gleich und da gleich. Und jetzt hier praktisch ringsherum. Und hier so. Und da noch so. Schaut auch nicht schlecht aus. Da war halt auch noch. Also an und für sich gefällt mir das sogar so. Und die Stufen hier. Sind jetzt ein bisschen doof. Das Fenster hier schaut jetzt ein bisschen doof aus. So. Wenn ich jetzt die Dinger in lila mache, dann passen die wunderbar zum Fußboden. Das heißt... Dann würde das funktionieren. So. Das ist jetzt auch noch ganz reduce. Und jetzt die Flüte. Aber wir wollen das nicht so. Wie gehts nach unten. Wie sieht das nicht so. Wie sieht das gut aus? Wie sieht das doof aus. Ich höre Vorhänge. Ich führe das schon doof aus. Ich glaub, dann nehmen wir da keine Vorhänge mehr. Na ja, guckt so auch ganz hübsch aus. Wieso? Achja, ich brauch ne Diamantenachs. Da ich meine Diamantenachs verloren habe und ich Obsidian brauche. Ich hol mir jetzt mal eben noch kurz ein Obsidian, damit ich dieses Kackender-Portal fertig hab. Aber ich find' das schaut doof aus, wenn das so halbfertig ist. Achja, den kann ich eigentlich nochmal mitnehmen. Und hier drüben auch nochmal eben kurz fertig machen. Haaa, sehr schlau, ne? So. Damit wir hier nicht auch schon wieder was halbfertig haben. Ich hab den Stein gedreht. Nein! So. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. So, das passt so. Dann haben wir gesagt, holen wir uns mal eben kurz einen Obsidian. Machen wir das natürlich auch gleich. Hopp! So. Achja, wo war der eigentlich, der Obsidian? Dann mal hier. Dann sollte man jetzt erstmal runtergehen. Erstmal so runtergehen und so... Hmmmm, warte, hä? Wo war der noch mal? Denn nicht. Mal schön auf die Möp schauen. Was sollten wir denn in die Lava finden? Wir sind zu tief. Sind wir? Sind wir nicht zu tief? Ich glaube, wir sind nicht zu tief. Hm. Mal schauen. Wie ist die Sache? Irgendwo entlang. Da haben wir's auf jeden Fall nicht. Da will ich jetzt auch nicht hingehen. Ich hab Angst. Pussy Mode. So ist alles besser. Pussy Mode. So, da ist irgendwo was ist. Ich hab echt vergessen, wo das war mit der Lava. Vielleicht da gerade? Ha! Da ist es. Ha! Ja! Super! So, mach mal das mal kurz. Jetzt fällt mir grad was anderes wieder ein. Oh. Mal gucken. Das hier gibt's. Und... Äh... Oh... Äh... Ähm... Was ist das? Hm... Wie ist das denn? Wie ist das denn? Genau mit dem Quarz. Was kann ich denn da alles draus machen? Hallo? Genau da. Kann ich nur Tools draus machen? Ach, da haben wir's ja. Aha! Nein! Zurück. Noch mal gucken. Und so genau hier. Und so genau hier. Das den ganzen. Und wie... Und das denn? Genau. Ach nee. Zeigst das eine wieder. Die Dinger da genau. Wie hieß... Ach dann... Wie zeigt das den Mod da nicht an? Und deswegen... Storage. Wie hieß dann der Mod? Ach ja. Apply. Äh... Nee. So kann ich's nicht gucken. Oh Gott! Und das kann ich ja alles nicht gucken. Gypsum. Hm. Auf jeden Fall werd ich mir den Computer auch nochmal bauen mit den Dingern. Oh Gott! Gibt's denn da nicht? Ach ja. Hier gibt's die Pressen nicht. Die muss ich per Hand bauen. Die muss ich hier mit dem Laser bauen. Bei den anderen Dingen funktioniert das praktisch mit... Äh. Ja. Mit so einer Maschine. Wie viel braucht's für einen Laser? Laser. Sehr. So. Zwei. Das heißt ich brauche zwölf. Wenn ich mehrere Laser haben möchte. Dann brauche ich... Äh. Das andere. Wie hieß das denn? Zwölf. Ich glaub da brauche ich auf jeden Fall mal zwanzig Obsidian. Sollten reichen. Ja. Zwanzig. Obsidian. Gibt's denn da nix wo man schneller Obsidian abbauen kann? Hm. Ich möchte da auf jeden Fall schon mal Vorrat haben. Haha. Da hab ich mir so, hey da könnte ich doch die Printing Press nehmen. Hier gibt's ja auch gar keine... äh. Wie heißt das nochmal? Ähm. 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 Meteor. Genau. Bei den anderen Versionen. Zum Beispiel in Direwolf und in... Wie hieß das? Nein. In Direwolf und in Infinity. Genau. Da gibt's Meteor. Und da kann man dann das... Also. So. Automatische Predigt pressen. Nein. Nein. Warum tust du das? Ich tu mir das nicht an. So. Holen wir uns 20 Obsidian. Sechs haben wir schon mal. Ich denk immer noch ist das eine übrig? Nee. Das hab ich verbaut. Mist. Hm. Ich glaub du brauchst sogar noch mehr als 20. 21. Nee. Also wie gesagt 12. Nee. 20 sollten auf jeden Fall reichen. Alles andere sind zu 5. Also sollten das an und für sich nicht mal 20 sein. Wir brauchen gar keine 20. 12 und 5. Wobei ich glaub das sind nur 4. 12 und 4. Das sind 16. 16, 17. Irgendwie sowas braucht man Obsidian. Mal gucken. Ich hab natürlich auch keinen Wassereimer nicht dabei. jetzt läuft das hier einfach nur so richtig dumm rum. Das ist doof. So. Ich hasse es Obsidian abzugraben. Wahnsinn. So. Machen wir das noch mit. Hm. 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 Jetzt ist da unten drunter Lava und es geht kaputt. Wetten. Hm. Wetter verloren. 14. Hm. Hm. Na komm! 15. Ach, da ist auch nichts drunter. Dann nehmen wir das auch nochmal mit. Jetzt fällst du die Lava an die fließende Lava. Fällst du sie? Eins mehr. Ist da drunter Lava? Oder kann ich das mitnehmen? Ne. Oh, das funktioniert so. Schau mal, vielleicht nehmen wir doch die 20 mit. Mal gucken, wie weit wir hier kommen an der Seite. Ah, 18. Hier ist die Lava. Fließt die Lava da raus? Na, kaputt drauf. So, 18 passen. 18 reichen vollkommen. Dann gehen wir wieder nach Hause. Ist das das Richtige nach Hause? Nein. Da ist das Richtige nach Hause. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Mh, yay! Das wäre jetzt auch noch anders da. Ich steige keine Treppen. Zumindest nicht so viele. Ich habe eine ganz andere Idee. Jetzt habe ich gerade wieder eine andere Idee. Da kommen gar so die Ideen rein hier. Huhu! Weiß ich da nicht alles für Ideen habe. Könnte relativ gut ausschauen. Hm. Oh, es ist Nacht! Es ist Nacht! So, erstmal hier. Ich habe eine Spinde. Ich habe eine Spinde. Ich habe eine Spinde. Ich habe eine Spinde. Ich werde mich verarschen. Hallo! Nein! Ist das ein Creeper? Nein, ist das ein Creeper, der mich jetzt töte? Nein. Ich bin nur Spinnen. So. So. Was soll ich das Essen hier? Zwischenzeitlich. Subsidium. Da rein. Und wir holen uns wieder Zuckerrohr. Damit wir hier wieder mehr machen können. So. Achja. Warum würde ich dann das da rein tun? So. 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 Da rein. Es. So. 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 Sehr schön. Ich würde sagen, das passt so. Dann können wir das hier beenden. So. Wunderbar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. guhts. Tschüss. So.